Bäm, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA-News am Dienstagabend. Wir haben leider den ersten verletzungsbedingten Ausfall für UFC 308. Rakic möchte die Party crashen und Toporia teilt weiter fleißig aus. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein. Natürlich sehr, sehr viel UFC 308. Fangen wir an mit Alexander Rakic, der den Partycrasher spielen kann und auch spielen möchte. Bei einem Interview mit MMA Junkie hat er darauf aufmerksam gemacht. Ich möchte sagen, in seiner gewohnt, respektvollen, ruhigen Art hat er natürlich gesagt, Anka Leif ist das erste Ziel und ich habe auch vorher nicht auf Social Media hier groß die Welle gemacht. Ich habe natürlich mitbekommen, dass sich Perra und Anka Leif, dass es da ein bisschen hin und her ging. Ich selber habe nichts dazu gesagt, aber klar, das ist jetzt eine Gelegenheit für mich. Die Gelegenheit möchte ich nutzen. Ich weiß, es ist ein schwieriger Fight, aber wenn ich den Fight gewonnen habe, werde ich mich natürlich mit der UFC zusammensetzen und gucken, welche Möglichkeiten es für mich gibt. Das ist natürlich clever, richtig. Natürlich sollte er die Gelegenheit ergreifen und es ist für mich ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Weil, welchen anderen klaren Contender haben wir im Halbschwergewicht aktuell außer Anka Leif? Gut, jetzt werden einige sagen, auch Roundry Junior war jetzt nicht der klare Contender, aber genau das ist ja eigentlich der Punkt. Außer Anka Leif, der, was heißt es, sich jetzt am meisten verdient hat, aber mit Sicherheit am längsten ungeschlagen ist von den ganzen Top-Jungs oben, aber halt auch jetzt dieses persönliche hin und her mit Perra hat, könnte es ja jeden anderen treffen. Da könnte ja jeder andere reinrutschen in diese Situation. Und Rakic, wenn er Anka Leif besiegt, hat mit Sicherheit den besten Anspruch dann auf diesen Platz oder den größten Anspruch. Anka Leif ist mit Sicherheit kein einfacher Gegner, Rakic allerdings ebenfalls nicht. Ich sehe das an einigen Ecken und Enden, dass Rakic hier komplett abgeschrieben wird, also gerade online, aber ein bisschen mehr im englischsprachigen Raum. Wenn wir uns auch, ich weiß, Statistiken und Zahlen sind nicht alles, MMA ist deutlich mehr als das, aber diese 85% Take-Down-Verteidigung. Und es gibt mehrere Seiten von dieser Geschichte. Die eine Seite ist, seit 2017 ist kein Fight eigentlich mehr auf den Boden gegangen, ohne dass Rakic es wollte. Ein Sternchen mache ich dran bei dem letzten Fight gegen Prochaska, aber ich glaube, da war er einfach übel angeklingelt. Da war es für mich nicht der Take-Down im klassischen Sinne. Also seit 2007 Jahren hat dieser Mann eigentlich die Fights entweder im Stand gehalten oder selber auf den Boden verlagert, wenn er das möchte. Jetzt hat er ja natürlich auch nicht die reinen Ringe als Gegner, aber ein Smith, teilweise auch ein Thiago Santos, der, weiß ich, gutes Muay Thai hat, aber den Fight auch durchaus mal auf den Boden verlagert hat, wenn er das bei einigen Situationen gesehen hat. Ein Jan Blachowicz sowieso, das sind Fighter, die die Gemper auch mal gern auf den Boden verlagern. Und Rakic ist nicht einfach zu kontrollieren, ist ein großer Typ, ist ein sehr kräftiger Typ und ich will auf dem Thema nicht ewig herumreiten, aber die Low-Kicks von ihm sind sehr gefährlich. Anka Leif hat eine Anfälligkeit für mich offenbart, das war wie, welche Serie war es, How I Met Your Mother, wo dieses Glas zerspringt. Das war bei Anka Leif wirklich ein großes Problem, diese Low-Kicks. Und ich bin gespannt, ob Rakic genau dort seine Punkte sammeln kann. Anka Leif ist auch kein reiner Ringer. Er hat das Grappling, wenn er es benutzen muss. Zum Start des Fights steht er aber sehr, sehr gerne im Stand mit seinem Gegner. Dort ist er auch sehr gefährlich. Tun wir nicht so, als hätte er da keine Qualitäten. Das ist für Rakic natürlich auch ein wahnsinnig gefährlicher und schwieriger Fight. Aber ich glaube, so eine gute Gelegenheit, trotz der letzten Niederlage gegen Prochaska, die wirst du so schnell nicht wiederbekommen, müsste ich Geld setzen. Anka Leif ist nicht umsonst dort, wo er steht. Aber Rakic ist für mich ein heißer Außenseitertipp auf dieser Card. Ich würde den nicht unterschätzen. Auch nicht wegen dem letzten Fight gegen Prochaska. Zum einen, Prochaska ist auch ein geisteskranker Typ, der die ganze Zeit nur nach vorne läuft. Und Rakic hat eine lange Verletzung hinter sich. Ich bin gespannt, wie dieser Fight ausgeht. Drücke natürlich wie immer den besten Mann die Daumen. Also wer am Ende es verdient hat, der hat dann auch zu Recht den Arm in die Luft gehoben bekommen. Aber Rakic, ich glaube, dass er hier am Samstag einiges bewegen kann. Machen wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp bei Kamsa Chimaev, der, wie ich finde, etwas sehr Wichtiges gesagt hat. Er hat über Kamaru Usman gesprochen und sagt, Kamaru Usman ist einer der besten Gegner, die ich je hatte. Als ich ihn geschlagen habe, haben im Anschluss alle gesagt, ja, so gut ist er nicht mehr. Aber der Typ ist verrückt gut, also extrem gut. Er hat auch dieses Champion-Mindset. Ich habe fünf Minuten lang versucht, seinen Nacken zu holen. Er hat das die ganze Zeit verteidigt. Das ist nicht einfach. Also lobt nochmal Kamaru Usman hier in den höchsten Tönen. Und warum ich darüber auch sprechen möchte oder das kurz mit reinnehme, das ist ein Punkt, das betrifft nicht nur Kamsa Chimaev, sondern so gut wie jeden Fighter eigentlich. Im Anschluss wird sehr häufig vieles einfach sehr schlecht geredet. Kann ich jetzt schon sagen, unabhängig davon, wie der Fight ausgeht, ob Whittaker gewinnt, dann wird es heißen, ja, Chimaev, der war dauernd verletzt und nicht in Form. Sollte Chimaev gewinnen am Samstag, ja, Whittaker, der hat jetzt zwei Trainingscamps hintereinander gemacht. Dazu ist seine Zeit auch jetzt ein bisschen vorbei und das kommt eigentlich immer mit dazu. Kamaru Usman, natürlich dürfen wir einige Punkte nicht vergessen, dass er in der Gewichtsklasse über seiner gängigen Gewichtsklasse gekämpft hat. Ich möchte jetzt nicht sagen über seinem Walkaroundweight, also mit dem Gewicht, mit dem er so zwischen den Trainingscamps rumläuft. Ich glaube schon, dass Usman da im Mittel- oder Halbschwergewicht sogar rumläuft. Aber seine Gewichtsklasse, in der er jetzt unterwegs ist, wenn der UFC ist, ist halt das Weltergewicht. Das darf man nicht außen vor lassen, auch nicht, dass das ein kurzfristiger Fight war für Usman. Aber diesen Mann zu schlagen über 15 Minuten ist nicht einfach. Und gerade Chimaev steht ja auch von den Zahlen, der eigentlich noch am Anfang seiner Karriere ist, wie ich finde, ist das definitiv ein starker Sieg. Aber das wird immer passieren. Nicht nur bei Kamsa Chimaev, bei allen anderen Fightern. Im Anschluss wird Groß relativiert und dann war der doch nicht so gut und war doch nicht in Form. Wie gut in Form ein Fighter ist, wie gut das Trainingscamp war, wissen wir meistens ja gar nicht. Da müssen wir sowieso immer das Endresultat abwarten. Deswegen das immer vielleicht noch ein bisschen mit einbeziehen. MMA ist auch viel tagesformabhängig einfach, glaube ich. Eine andere interessante Sache, und dann mache ich die News auch zu, ist, dass er nochmal drüber gesprochen hat, dass er rumreisen kann, wie er möchte. Er sagt, ich habe kein Problem mit meinem Aufenthaltsrecht in irgendeinem Land. Ich war in England, hat er gesagt. Ich war in den USA. Ich plane jetzt noch nach Australien zu fliegen, Ende des Jahres. Also ich habe keine Probleme, überall irgendwo hinzureisen. Ich weiß nicht, woher diese ganzen Gerüchte kommen. Ich habe nicht so oft gekämpft oder so gekämpft, wie ich das wollte, aus gesundheitlichen Gründen. Viele Verletzungen, viele Erkrankungen, die dazwischen kamen, sogar teilweise einige Operationen. Das waren halt nervige Sachen, aber das hatte nichts mit meiner Berechtigung zu tun, in irgendein Land einzureisen. Ob es stimmt oder nicht, aber ich finde, die Aussage nehmen wir jetzt erstmal hin, dass er da so deutlich zu Stellung bezogen hat. Es gab wieder ein kurzes Update der Rankings. Heute ist schließlich Dienstag. Ja, an einigen Stellen, also den größten Sprung hat mit Sicherheit Alma Baev gemacht, der allerdings auch mit Nikolaou einen ziemlich starken Gegner bezwungen hat. Mit dem jetzt, ich weiß nicht, ob der Plätze getauscht nicht. Er ist ziemlich weit von hinten, ich glaube, von Platz 14 oder 15 ist er nach oben gesprungen. Und Nikolaou jetzt nach unten gefallen. Ich glaube, das war der dritte Fight in diesem Jahr, der dritte Sieg für Alma Baev. Also, das kann ich verstehen, dass dann jemand so einen großen Sprung macht. Rob Font hat seinen Fight gewonnen, kann ich auch verstehen, dass er am Platz nach oben geschoben wird. Max Holloway steigt drei Plätze auf. RDA geht einen Platz runter, obwohl er gesagt hat, in der Gewichtsklasse will er eigentlich nicht mehr kämpfen. Paulo Costa fällt einen Platz runter. Gut, Anthony Hernandez geht einen Platz nach oben, tauscht dann mit Shimaev. Das ist nachvollziehbar, weil er gekämpft hat. Krylov geht einen Platz hoch. Warum auch immer, er hat nicht gekämpft. Özdemir fällt zwei Plätze runter. Roundtree Jr. mit einer Niederlage, auch wenn es gegen den Champion war, aber steigt jetzt in der Platzierung weiter auf. Schwer nachvollziehbar für mich, die Rankings. Und das, also, warum ist Max Holloway jetzt auf der Fünf? In einer Gewichtsklasse, wo er überhaupt nicht jetzt seit März, seit er gegen Genshi gekämpft hat, unterwegs gewesen ist. Aber gut, sollte nur ein kleines Update sein. Dana hat ja schon gesagt, da werde man definitiv irgendwas anders machen. Ich bin gespannt, was er uns präsentiert, weil das ist ja einfach nur einmal die Woche kommen die Fragebögen zurück und theoretisch kann jeder jeden auf den Platz eintragen, den er für richtig hält, völlig ohne Begründung. Das kann es auch nicht sein. Wie bei fast jedem großen Pay-Per-View gibt es den einen oder anderen Fight, den wir opfern müssen. Wo wir sagen, den müssen wir abgeben. Zeit Nummer Gomedov steht jetzt ohne Gegner da, weil Daniel Santos nicht antreten kann bei UFC 308. Da atmen jetzt wahrscheinlich einige auf. Keiner, der jetzt vielleicht ganz großen Fights oder ganz großen Namen wäre, glaube ich, trotzdem ein guter Fight geworden, gerade im Stand. Aber gut, sei es drum. Es hat sich sogar schon der erste Ersatz angekündigt. Und zwar Charles Johnson, der jetzt so einen kleinen Lauf hingelegt hat. Ich glaube, in all seinen Fights in der UFC hat er immer wieder gezeigt, die Qualität ist da. Es fehlte immer nur so das letzte, vielleicht an einigen Stellen auch das letzte Quäntchen Glück, um dann erfolgreich zu sein. Er hatte auch wahnsinnig schwierige Gegner, die er bekommen hat. Jetzt scheint er ein bisschen die Kurve bekommen zu haben. Und er sagt, die Gespräche fanden statt. Ich wäre bereit, relativ kurzfristig, weil er hat letztes Wochenende erst gekämpft, jetzt einzuspringen. Mal gucken mit dem ganzen Reisestress, den Strapazen, ob das gemacht wird. Aber definitiv, Cojones da so kurzfristig einzuspringen. Erfahrungsgemäß etwas, was die UFC häufig dann auch belohnt. Also vielleicht wird dieser Fight oder Zeit Nummer Gomedov noch auf der Card gehalten. Schlechte Nachrichten, dann mache ich da so eine Verletzungs-Update-News draus. Tatjana Suárez kann nicht bei 310 antreten gegen Werner Jandiroba. Und das soll keine große Verletzung sein. Das sollen gesundheitliche Probleme sein. Gut, je nachdem, wo sie wohnt, ist es vielleicht auch einfach Grippesaison. Aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es auch wieder so ein bisschen aufgeschoben wurde. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber bei Tatjana Suárez, mittlerweile 33 Jahre alt, da gab es ja schon zwei große Breaks mit mehrjährigen Verletzungspausen. Gut, wenn es jetzt nur eine Kleinigkeit ist, aber es kommt irgendwie gefühlt immer eine Kleinigkeit dazwischen. Ich habe da auch so, sagt mir mein Bauchgefühl, das könnte eine der großen Was-wäre-wenn-Fragen gewesen sein, wenn der Körper standgehalten hätte, wie weit hätte die Dame oder wie früh hätte sie vielleicht schon Champion werden können. So habe ich wirklich meine Zweifel, ob sie sich, selbst wenn sie jetzt gesund bleibt, für dann auch einen Titelkampf und den Titel gewinnen kann, dass sie da regelmäßig den Titel dann mehrmals verteidigt. Ich habe definitiv meine Zweifel, dass sie dauerhaft sich oben an der Spitze etablieren kann. Ilya Toporia macht weiter, wo er die letzten Tage aufgehört hat, wurde befragt auch zu Khabib Nurmagomedov, zu Islam, zu den ganzen anderen Jungs, die sich auch zu ihm geäußert haben und da hat er was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er respektiert Khabib Nurmagomedov sehr, weil der sich auch so gut wie nie äußert. Der kümmert sich gar nicht irgendwie darum, wer, der hat das gesagt oder der hat jenes gesagt. Toporia hat jetzt irgendwas über Islam gesagt und Khabib hat sich darüber gar nicht aufgeregt oder seinen Senf gar nicht so abgegeben. Aber seine Cousins, die seien direkt an vorderster Front gewesen. Und er sagte, die haben noch nie irgendjemanden ausgenockt. Die wurden dabei erwischt, wie sie Steroide zu sich genommen haben. Das sind Betrüger und ja, jetzt plötzlich springen die wild umher. Und er sagt, das Erste, was beschädigt wird, ist das Nervensystem, wenn man Steroide nimmt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Lassen wir jetzt einfach mal Dr. Toporia sprechen. Und er sagt, deswegen sind die vielleicht auch so leicht erregbar oder sind direkt nach vorne gesprungen. Und er sagt, mich zu bedrohen, also nicht mich, sondern Toporia zu bedrohen mit, wenn wir dich sehen, dann gibt es Ärger, dann gibt es Dresche. Er sagt, da müssen sie sich was Neues einfallen lassen. Ich habe mein Leben, also voller Hingabe, gewidmet dem Kämpfen. Wie willst du mir dann drohen, wenn wir sehen, kämpfen, wenn wir dich sehen oder wenn wir uns sehen, dann kämpfen wir miteinander. Ja, okay. Also das ist jetzt nichts, wo Toporia, so wie er das hier sagt, Angst hat. Und er sagt, der Beste von denen ist sowieso oder sei Islam. Natürlich mit diesem Betrüger, damit meint der Usman Nomagomedov, der ist ja durch einen Doping-Test gefallen, beziehungsweise er hat ein verschriebenes Medikament gehabt. Ich weiß nicht, ob es dasselbe war oder eine ähnliche Situation wie damals bei Islam gewesen ist. Es ist schwierig, über solche Sachen sich jetzt auch definitiv zu äußern, wenn man da nicht wirklich, glaube ich, auch ein bisschen Ahnung hat. Also was das für ein Medikament ist, ob das Medikament vielleicht früher oder ob das gängig ist, dass das für andere Sachen, für leistungssteigernde Dinge auch eingesetzt wird oder ob das ein normales Schmerzmittel ist in dem jeweiligen Land. Da sind die Länder ja auch sehr unterschiedlich. Da würde ich mir ungern die Finger dran verbrennen. Auf jeden Fall gab es eine Sperre von sechs Monaten. Der Titel wurde ihm von der Kommission allerdings nicht aberkannt. Also der Fight gegen Brent Primus, der wurde als No-Contest bewertet. Aber den Titel durfte er behalten, weil man ihm keine böse Absicht vorgeworfen hat. Das war verschrieben, er hat es nicht angegeben. In diesem verschreibungspflichtigen Rezept oder Mittel war dann halt auch eine verbotene Substanz mit drin. Das zu dem Fall. Aber klar, du musst als Sportler höllisch aufpassen, was du deinem Körper zuführst. Am besten auch immer direkt mit der Kommission, mit dem Promoter Hand in Hand gehen und wirklich sagen, hier, pass mal auf, das nehme ich. Das habe ich verschrieben bekommen von meinem Arzt. Weil wenn du das einmal hast, so wie in diesem Fall, Usum und Umar Gomelhoff, bin ich mir sicher, wird das nicht mehr loswerden. Und wir sehen ja, es betrifft jetzt nicht nur ihn, sondern es betrifft er jetzt auch quasi Umar schon automatisch mit. Weil er ja gesagt hat, ihr Betrüger. Außer er meinte jetzt nur Islam und Usumar. Aber er hat jetzt einfach nur allgemein gesagt, ihr Betrüger. Das kann er natürlich noch auf die anderen Leute im Team übergreifen. Ich habe das an anderen Stellen schon gesagt. Ich wage zu bezweifeln, dass ein Großteil der Fighter nichts nimmt. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir jeden irgendwie dann von Karren spannen können und sagen, ja, alle nehmen was. Und deswegen ist es okay, selbst wenn einer erwischt wird. Aber ich halte es für naiv, jetzt zu glauben, nur Usumar Nomagomedov hat jetzt mit irgendwas nachgeholfen, um besser zu haben und besser zu regenerieren. Er hat sich dann halt in diesem Fall entweder unclever angestellt oder erwischen lassen oder wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Fighter da irgendwie auf leichte Unterstützung, sage ich mal, verzichten. Dafür wird auch, glaube ich, viel zu viel Geld verdient. Aber Tuporia macht das für mein Empfinden hier auch wieder gut, ohne da jetzt auch irgendwie emotional zu werden. Und vielleicht ist das doch der Grund, warum Dana hier gesagt hat, mir gefällt der Fight nicht. Der Kampf ist furchtbar, weil einer von beiden muss verlieren. Und ich glaube, dass Dana, ich weiß es natürlich nicht, ich glaube, dass Dana bei dem einen sehr viel sympathiert. Ich meine, vielleicht mag er einfach nur beide, aber das ist jetzt das, was ich glaube. Bei Holloway einfach viel Sympathie. Das ist einfach so ein, wer mag Holloway nicht? Und bei Tuporia vielleicht auch die Hoffnung, das könnte der nächste große Star werden. So wie er sich verhält, so wie er in Interviews auftritt, auch wenn Englisch nicht seine Muttersprache ist, trotzdem da versuchen, ein bisschen Promo zu machen. Da passt sehr, sehr vieles. Plus ein sehr, sehr ausgewogener Kämpfer, der allerdings die Fights auch finisht und damit aufregend ist fürs Publikum. Dass das an einigen Punkten vielleicht auch ein bisschen Fassade ist oder Tuporia einfach nur verstanden hat, wie man das Spiel spielen muss, das zeigen für mich dann immer solche Szenen. Wo er vorbeiläuft an Volkanovski, dann, ich weiß nicht, wer wie irgendwie gerufen hat, aber dann geht er rüber, dann gibt's Shake Hands, eine kurze Umarmung, dann wird gefragt, geht's dir gut? Ja, dir auch ein Lächeln. Also kein böser Spruch, kein irgendwie, ja, kannst dich noch erinnern oder ... Anders auch als das durchaus Fighter, wie wir zum Beispiel McGregor gehandelt haben, als der jetzt in seiner absoluten Prime gewesen ist. Klar, da gab's auch Fighter, die er irgendwie begrüßt hat, aber gefühlt war der da im Kriegszustand erst mal mit fast jedem. Tuporia kann ja scheinbar noch unterscheiden, auch wer ist denn respektvoll mir gegenüber, auch wenn jetzt, ich mein, denn Volkanovski hat ja mehr oder weniger gegen ihn getippt und gesagt, er glaubt, Holloway wird's machen. Kein böses Blut hier. Ich glaube, da kommt dann immer auch durch, dass Tuporia einige Sachen dann auch einfach für den Trash-Talk, für Aufmerksamkeit macht. Und ich glaube, auf dem Level, wo er Trash-Talk macht, den Kampfrekord anzugreifen oder jemanden vorzuwerfen, du lockst keinen aus, du bist langweilig oder du wurdest erwischt, weil du irgendwelche verschreibungswichtigen Sachen nicht angegeben hast, das ist für mich kein bitterböser Trash-Talk. Er geht jetzt nicht gegen die Familien, geht jetzt nicht gegen andere Dinge unter der Gürtellinie. Ich finde, wenn man dagegen auch was hat, dann ist man komplett gegen Trash-Talk und sagt, nein, die sollen sich gar nicht unterhalten, die sollen wie zwei Ninjas aufeinandertreffen und vorher irgendwie gar kein Mikrofon bekommen, das wäre jetzt auch nicht meins. Ich finde, das, dieses ein bisschen hin und her, ist schon so ein bisschen das Salz in der Suppe. Apropos Salz in der Suppe, ich habe gehört, Belal Moumat ja auch gesorgt bei dem Podcast von Kamau Roseman und Henry Sokudo. Useman, sehr kryptisch, sagt, ja, mal gucken, wenn wir wenig Content haben, vielleicht hauen wir das dann raus. War ja wohl ein Interview, von dem Useman gesagt hat, war auch kein besonders tolles Interview, wo er und Belal so ein bisschen aneinander geraten sind und Useman weiß auch, wie das Spiel funktioniert. Er sagt, wer weiß, wenn wir nicht so viel Content haben und wenn er jetzt gegen Schafka Drachmann auch wirklich gewinnen sollte, vielleicht veröffentlichen wir das dann und gönnen ihm seine 15 Minuten Ruhm. Also da scheint es wohl, ob es jetzt wirklich Handgreiflichkeiten war oder einfach nur ein kleines Gerangel oder was auch immer gewesen ist. Aber klar, damit erzeugt man natürlich ein Stück weit Interesse. Belal hat sich selber auch so einen Fahrplan gegeben. Er hat gesagt, ich möchte sehr aktiv sein. Er hat ja gefordert, er möchte den Alex Perra Terminplan haben im nächsten Jahr, also sehr aktiv sein. Wäre natürlich noch geiler, wenn er auch die Finishing Rate hätte von Alex Perra. Darf ja meinetwegen auch über Submission sein, aber so vorzeitig, ich glaube, da würden einige Fans sich ein bisschen mehr drüber freuen. Aber unabhängig davon, also Belal muss ich auch sagen, hätte ich nicht gedacht, vor drei, vier Jahren, dass der mal UFC Champion wird. Hat er mich definitiv eines Besseren belehrt. Und wenn er das jetzt, also Rachmanov ist ein schwieriger Gegner, er hat danach noch Ian Gary anvisiert, dann hätte er zweit, nehmen wir jetzt mal an, er schafft das auch, zu gewinnen. Und das würde ich ja nicht, Belal hat ja einen sehr, sehr unangenehmen Stil. Also mit guter Ausdauer, körperlich kräftig, sehr, sehr viel Ringen, da kann er dich schon rund lutschen. Und Ian Gary ungeschlagen, Rachmanov ungeschlagen, wenn er denen die Null wegnehmen würde, dann plant er noch gegen Kamaru Usman zu kämpfen. Das wäre natürlich schon, das wäre eine starke Titelverteidigung. Die muss er natürlich erst mal machen und im Dezember ist erst mal Rachmanov dran. Aber wenn er das schaffen sollte, glaube ich, mit drei Titelverteidigungen hätte er sich dann auch verdient, mal zu gucken, was ist denn vielleicht im Mittelgewicht los. Ein super Fight gegen Leichtgewicht, wenn Islam Champion bleibt, das ist sehr unrealistisch. Auch da soll es ja eine Kampfankündigung bald geben. Da hat ja Aman Sadouk ja gesagt, er rechnet damit, dass die UFC das nächste Woche veröffentlicht wird. Ich glaube, auch da pfeifen schon die Spatzen von den Dächern, dass es wahrscheinlich Januar oder Februar sein wird, wann die beiden aufeinandertreffen. Ich persönlich gehe eher vom Januar aus, damit man Volkanovski dann im Februar auf der Australien-Karte hat gegen Topodi oder gegen Holloway. Wenn er das schafft, Belal Muhammad, diese drei Fights zu gewinnen, Respekt und ja, dann kann man vielleicht auch gucken, vielleicht ist er Strickland Champion. Die beiden haben auch eine Geschichte. Was geht für Belal im Mittelgewicht? Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal vor zweiter Jahren, hätte ich es nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Superfight und Champ-Champ, Fragezeichen, Belal Muhammad. Und das ist wieder eine Geschichte, Brenton Schaub und Nate Diaz. Brenton Schaub hat in einem Podcast über Shane Cowan gesprochen. Ich glaube, einer der wenigen Fighter, die von der Handgröße so mit Brock Lesnar konkurrieren konnten. Ich glaube, der hatte auch eigens angefertigte Handschuhe. Auf jeden Fall hat Brenton Schaub darüber gesprochen, dass der große Probleme hat, sich die Schuhe zuzubinden. Also einfach von den Folgeerscheinungen seiner MMA-Karriere so ein bisschen leidet. Und Nate Diaz hat da einen Post rausgehauen. Brenton, die große alte Mieze. Ich übersetze es jetzt mal so. Ich glaube, mit Mieze wissen wir alle, was gemeint ist. Und mit so einem weinenden Smiley. Und Brenton Schaub hat das auf dieses Interview bezogen oder auf diesen Podcast und ist dann erstmal so ein bisschen an die Decke gegangen. Bevor ich auf das eingehe, was Brenton Schaub gesagt hat, ich glaube nicht, dass das darauf bezogen war. Weil Brenton Schaub hat vor kurzem auch darüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass er wieder kämpfen würde. Und da hat er gesagt, nein, er hat Kinder. Der ist jetzt, ich glaube, über 40 auch. Er sagt, ich kann einfach keine Treffer mehr zum Kopf einstecken. Die Zeiten sind vorbei. Ich persönlich glaube, dass es darauf bezogen war von Nate. Weil wieso sollte Nate jetzt einen emotionalen Mann da sich über den lustig machen, wenn er da über einen verdienten Fighter wie Shane Carbone spricht, der da jetzt Probleme hat, seinen Alltag zu bewältigen? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bei der anderen Sache, da kann ich mir eher vorstellen, dass er sagt, ja, komm, du traust dich nicht mehr, einen Treffer einzustecken. Ist auch Baller, Baller. Weil wenn Brenton Schaub einfach weiß, ich kann die Treffer nicht mehr einstecken, wem soll er da irgendwas beweisen? Auf jeden Fall ist Brenton dann so ein bisschen an die Decke gegangen und hat gesagt, wir sind gewichtstechnisch nicht so weit auseinander, wenn der hier reinkommen sollte. Ich will keinen herausfordern, aber wenn der hier reinkommt, wird nur einer den Raum verlassen und das wird er definitiv ich sein. Ich würde ihm den Hals brechen. Darf man bei Brenton Schaub, glaube ich, auch nicht vergessen, dass er ein ehemaliger UFC-Fighter war. Dass er, für einige Majestätsbeleidigungen, aber Krokop ausgenockt hat. Also Brenton Schaub hat schon einiges auf dem Kasten und ist natürlich ein großer, kräftiger Bursche. Nate Diaz hat natürlich auch was auf dem Kasten, den sollte man ebenfalls nicht unterschätzen, aber da liegen halt Gewichtsklassen zwischen und Gewichtsklassen gibt es nicht ohne Grund. Ich glaube auch, dass so ein Aufeinandertreffen rein von der Kraft her, von der Power her, eher nicht gut ausgehen würde für Nate Diaz. Aber er könnte ja eigentlich mit einem Tweet quasi für Klarheit sorgen, aber so wie ich Nate aus der Distanz einschätze, macht er das nicht und sagt einfach, nee, drauf geschissen. Merab, Dvalishvili äußert sich und bringt so ein bisschen Licht ins Dunkel und auch hier Merab sehr transparent, sehr ehrlich sagt, ja, mir wurde der Fight angeboten für Dezember. Da habe ich der UFC gesagt, nein, Dezember ist mir zu früh, Februar oder März. Er hat gesagt, auch im Januar in Georgien feiern wir da das Weihnachtsfest, ist mir sehr wichtig. Ich wusste nicht, dass sich das unterscheidet, also von der Zeit her wieder was gelernt. Er sagt, das ist mir einfach sehr wichtig und da bin ich nicht verfügbar, beziehungsweise da möchte ich nicht kämpfen. Ich habe gesagt, Februar oder März. Und weil Uman Umargemeindorf kämpfen möchte, hat er jetzt scheinbar einen anderen Fight, aber ich habe nicht gesagt, ich möchte nicht gegen ihn kämpfen, sondern nur bei diesem Datum nicht gegen ihn kämpfen. Und Sterling ist ihm natürlich auch als Kumpel, als Bro, zur Seite gesprungen, weil er hier auch sagt, das ist ein komplett anderer Stil jetzt von O'Malley zu Uman Umargemeindorf. Ich blende jetzt nicht nochmal von Joe Rogan rein, wo er sich da verarspelt hat. Ihr wisst, glaube ich, welchen Ausschnitt ich meine. Und er sagt, da braucht man einfach Zeit, um sich zu erholen, Zeit, um sich richtig vorzubereiten. Und da sagt Uman Umargemeindorf, ich kann es auch fehlerfrei. Das ist einfach nur eine billige Ausrede, worauf wenn Sterling dann sagt, Bruder, das ist keine billige Ausrede, du würdest selber auch nicht so kurzfristig kämpfen. Und du würdest dich auch nicht an den Terminplan deines Gegners orientieren. Das ist ja jetzt was, was ich die letzten Tage schon gesagt habe. Als Champion hast du dann natürlich in einem gewissen Rahmen, du kannst jetzt nicht fünfmal einen Fight verschieben und sagen, da passt mir das nicht und da hat der Papagei von meinem Onkel Geburtstag, aber du wirst wie sowas, so ein Feiertag, wo du sagst, das ist mir jetzt sehr wichtig, wie Weihnachten, dass man das dann verschieben kann. Oder du sagst dann, Fastenzeit ist mir sehr wichtig, verschieben. Als Champion geht's, als Contender, ja, musst du dann gucken, wann du dann an der Reihe bist. Ich glaube das, Manup, ich denke nicht, dass er da wirklich die Hosen voll hat. Warum auch? Er hat ja keinen Stil, der jetzt auch nicht gut passen würde oder der nicht ebenfalls sehr unangenehm ist, gerade mit seiner Ausdauer. Ich persönlich, ich glaube ihm, dass das jetzt einfach vom Zeitplan für ihn nicht passt. Und selbst wenn er jetzt um aus dem Weg gehen möchte, ich gehe davon aus, dass der weiter siegreich bleiben wird, dieses Aufeinandertreffen wäre dann wirklich nur aufgeschoben, aber definitiv nicht aufgehoben. Zum Abschluss noch mal etwas zum leidigen Thema Weight Cuts. Jocelyn Edwards, ich glaube jetzt zum dritten Mal hat sie jetzt das Gewicht schon verpasst in der UFC und sie hat darüber gesprochen und hat gesagt, ich bin halt auch eine Frau und da gibt es gewisse biologische Gründe, die es mir dann vielleicht manchmal schwierig machen und ich nicht die volle Kontrolle da über meinen Körper, über meinen Stoffwechsel habe. Und das sei halt der Fall gewesen und deswegen hatte sie da Probleme und werde das Ganze jetzt erstmal abchecken lassen. Warum ich das auch mit reinnehme, weil eine Kämpferin von Belletar, Diane, 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 Silva, weiterhin in einem künstlichen Koma liegt, weil sie im September einen sehr schlechten, einen verpatzten Weight Cut hingelegt hat und durch Nierenversagen wurde sie dann in dieses künstliche Koma versetzt. Chris Seibock hat sich auch dazu geäußert und gesagt, wenn da was schief geht, sind eigentlich immer die Coaches immer das Team in der Pflicht. Die haben es da einfach nicht gut gemacht. Aber da sieht man ja nochmal, also wohin das führen kann. Weswegen ich nach wie vor nicht verstehe, warum auch die ganzen Promotions so felsenfest daran, also sich verbeißen und sagen, nein, wir brauchen weiterhin so diese Gewichtsklassen oder wir machen nicht irgendwelche Testverfahren, dass wir sagen, wir stehen jeden Tag bei dem Fighter mit der Waage auf der Matte oder im Käfig darfst du dann halt nur so und so viel Prozent mehr wiegen, sonst gibt es, und ich rede wirklich von empfindlichen Strafen, dass man sagt, dann ist vielleicht wirklich mal 60, 70 Prozent deiner Kampfbörse weg, so dass es einfach keiner mehr macht. Da muss man 60, 70 Prozent, habe ich jetzt gesagt, da muss man es einfach so empfindlich machen, dass es keiner mehr macht. Vielleicht ist ja auch die Angst der UFC, wenn wir das Ganze mit den Weight Cuts, ich sag jetzt mal, abschaffen, ja, dann haben wir nur noch Leute, die komplett außer Form geraten sind, die da im Käfig sind, keiner mehr mit Bauchmuskeln, die sehen nicht mehr fit aus, wie vielleicht teilweise einige Schwergewichtskämpfer. Aber wir wollen schon diesen Look haben, dass das professionelle Athleten sind. Glaube ich persönlich nicht dran, weil du ja trotzdem noch einen Vorteil hast, wenn du fit und austrainiert bist. Nein, bevor jetzt DC und Cain Maleskis mir hier irgendwie die Wurde stümen, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo du zum Beispiel, wo die Ausdauer absolut noch ein Point ist, obwohl du jetzt vielleicht nicht unbedingt danach aussiehst, aber in der Regel, auch bei DC und bei Cain, hat man ja schon gesehen, dass die in Kampfverfassung waren, in Kampfverfassung waren, eine gewisse Fitness an den Tag gelegt haben. Ich glaube, das wird nicht weniger werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sorge ist, der UFC mit den Weight Cuts, weil anders kann ich es mir fast gar nicht erklären, dass man sich noch so wirklich daran festbeißt und sagt, nein, die Weight Cuts müssen wir unbedingt behalten. Wenn das gesamte Roster jetzt einfach eine Gewichtsklasse aufsteigen würde, glaube ich, hätten wir weniger Kampfabsagen, wir hätten weniger kranke Fighter, weniger Verletzungen vielleicht auch im Fight. Ich glaube, das würde im Endeffekt allen nur zugutekommen. Mit diesem kleinen moralischen Tadel verabschiede ich mich für heute von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf, egal, bis demnächst und let's fight.